Guten Abend und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Genjin Impact Intensives Trommeln. Let's go! Da stehen wir quasi davor, oder? Bei unserem zweiten Bruder. Intensives Trommeln. Let's go! Okay, darfst du entsprechend reinhören? Okay. Ach so! Ah, okay. Man sollte zuerst aufladen. Okay. 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 d2 knopf also einfach zum aufladen halten 100 prozent oder warum war das nicht als 100 prozent kreis ok das war es von dieser folge danke fürs zuschauen fürs mitmachen und wir sehen uns in der nächsten folge oder rein ciao ciao so Vielen Dank.